Herzlich willkommen zum Anglertagebuch. In diesem Video seht ihr, wie man Wälse richtig misst. In erster Linie Matte benutzen, Wasser über den Fisch. Am Maulende des Fisches einen Stock. Ich gebe das Maßband jetzt weiter. Ich lege am Stockende das Maßband am Nullpunkt an. Und dann können wir die direkte Länge des Fisches ermitteln. So passieren keine Fehler und dem Fisch geht es nach dem Fang noch super gut. Viele Grüße.